Naudis, Naudr. Die Runenkraft Naudis ist heute Thema meiner Erzählung. Naudis erzählt von Notwendigkeiten und Bedürfnissen im Leben. Ja, was heißt das jetzt? Schon mal das Wort Notwendigkeit ist ganz wichtig, wenn man Naudis verstehen will. Oder auch Nutzen. Die Not zu wenden, darum mag es gehen. Ja, viele Menschen haben Angst vor dieser Runenkraft oder sagen, oh, das ist eine ganz gefährliche Rune und so und Duster. Und ja, es ist eine von den Eisrunen, es ist ein Heels-Et und ja, die Rune der Nornen, sagt man denn. Ja, was ist nun Naudis? Naudis ist geformt wie ein Feuerstab, den man früher auf einen Stein gesetzt hat. Also etwa so. Und dann mit einem anderen Material, den Händen oder einem Strick, hat man mit ganz viel Reibung, ganz schnellem Drehen dieses Feuerstabes Funken produzieren können auf dem Stein. Und wenn man dann ein bisschen Zunder im passenden Moment dran hatte, dann ist tatsächlich ein Feuer entstanden. Ja, jetzt gibt es nun mal Feuerstäbe, die bei so viel Bewegung, Drehung und Reibung im Feuerstableben brechen. Ja, das war dann nichts, ne? Und es gibt Feuerstäbe, die kannst du drehen und drehen und die werden warm und heiß an der Spitze. Und Stein und Holz reiben aufeinander und der Stab bricht und bricht nicht, nein, er macht Funken. Und es wird ein Feuer daraus. Wenn du Naudis Energie trägst, dann bist du dieser Feuerstab, der nicht bricht, sondern Funken schlägt. Und damit das Notfeuer entzündet. Gehen wir mal in die Geschichte der germanischen Siedler zurück. Stellt euch mal vor, da wird ein Mann aus seiner Gemeinschaft verbannt, weil er Unrecht getan hat oder Unheil gebracht hat über seine Sippe. Und er hat nicht viel an und es ist ihm kalt und er wird ja ohne alle seine Waffen und ohne alle sein Hab und Gut in den Wald geschickt, außerhalb der Dornenhecke, außerhalb der Sippe. Ja, stellt euch vor, es ist November, es ist kalt und nass im Wald und er sitzt auf einem Stein und erst einmal jammert er und trauert und ist wütend. Und bald merkt er aber, dass die Kälte immer mehr zugreift und die Feuchtigkeit und es ist ihm klar, er wird wahrscheinlich erfrieren, wenn er nicht irgendwie ein Wunder geschehen lässt, nicht wahr? Und so beginnt er, trotz der Tränen und der Wut, im nassen Laub zu suchen, unten drunter ist manchmal noch Trockenes zu finden. Und er sucht einen Stein und er sucht einen guten Stab und er beginnt den Versuch, das Notfeuer zu entzünden. Und schon beim Arbeiten wird es ihm so richtig warm, weil wer das schon mal probiert hat, der weiß, da schwitzt man gescheit dabei. Ja, erfrieren ist schon mal nicht, er ist in Bewegung, er tut was. Er ist dabei, sich zu retten und er schafft es. Er entzündet ein Feuer und er überlebt. Ja, wer weiß schon, warum er rausgeflogen ist aus der Gemeinschaft und das ist eigentlich auch egal. Es ist auch egal, warum einem unangenehme Dinge begegnen im Leben und warum man sich ausgestoßen fühlt oder allein oder warum man sich vor dunklen Wolken stehen sieht oder vor einem riesen Berg. Es ist egal, warum. Wichtig ist, wenn die Rune Nautis kommt, dass sie dir sagt, pass mal auf, du kannst das, aber du musst halt deinen Arsch hochkriegen. Du musst was tun, du musst dein Notfeuer entzünden. Und diese Sache kommt von den Nornen. Denn die Nornen, die weben ja unseren Lebensfaden und wenn die sehen bei jemandem, dass da mehr möglich wäre, mehr Potenzial, mehr, ja, zu schaffen, mehr Kraft, mehr Möglichkeiten, die Seele zu leben, dann bekommt dieser jemand Aufgaben gestellt, Herausforderungen. Sagen wir es mal so, die machen ein kleines Knötchen in den Lebensfaden hinein. Bei dir, in deinem Leben, ist dieses kleine Knötchen ein riesen Berg. Du kannst entweder davor verzweifeln, verhungern, verdursten und sterben oder du fängst verdammt nochmal an, diesen Berg hinauf zu krabbeln und ihn zu überwinden. Und damit beweist du dir nämlich selbst deine Kraft und Macht. Ja, es ist eine sehr feurige Energie, die Nautier. Sie wird immer so duster dargestellt, dennoch, es ist der Feuerstab, von dem sie erzählt, aus dem alten Reich, in dem unsere Ahnen zu Hause waren. Vergesst es nie, seid der Feuerstab, der Funken schlägt. Lasst euch nicht brechen. Die Energie, die Nautis trägt, sagt immer, je mehr Reibung, desto mehr Energie. Das heißt, je mehr dir im Leben abverlangt wird, wo du vielleicht eigentlich die ganze Zeit am Stöhnen und Jammern bist, wenn Nautis kommt, heißt es, verdammte Scheiße, hör auf zu jammern, du hast die Power, pack es an und du wirst sehen, es gelingt. Und deswegen, um das zu lernen, weil du es nämlich nicht selber tust, deswegen, ja, bringen dir die Nornen halt immer mal wieder, unangenehmes und angstmachendes, damit du in die Gänge kommst. Ich wünsche dir, dass du immer den Mut hast, dein Notfeuer zu entzünden. Alles Liebe von der Runenhex.